Ich kann bei der G5 aus 16 verschiedenen Objektiven auswählen, die alle ihre speziellen Vorteile haben, ohne dass man bei der Bildqualität Kompromissen machen muss. Das 45 mm Makroobjektiv ist sehr, sehr gut geeignet von der Aufnahme. Da ist die Farbmitergabe ganz brillant und vor allen Dingen kann ich eine sehr geringe Tiefenschärfe erzeugen, wobei die scharfen Weltrelemente extrem betont werden. Wenn ich irgendwo stehe und aus dem Augenwinkel eine interessante Szene sehe, dann kann ich mit dem 14 bis 140 mm Zoom-Objektiv beispielsweise aus großer Entfernung ganz stark in das Loch reinzoomen und bin so sehr nah dran. Ich kann auch gleichzeitig ganz schnell wieder rauszoomen und die ganze Kulisse einfangen. Dadurch ist das Objektiv sehr flexibel und schnell. Das 7 bis 14 mm Weitwinkelobjektiv hat einen extrem großen Bildwinkel von 114 Grad. Und das ist immer genial, wenn ich eine große dynamische Szene einfangen kann, wenn ich mit einem Schuss große Dramatik erzeugen kann. Das G5-Setup ist optimal aufeinander abgestimmt, weil ich einen sehr kleinen Kamerabody habe und sehr gut und leicht auf mich zu fühlen kann. Das könnte ich mit meinem Normalsystem überhaupt nicht machen. Das ist eine große Herausforderung.